Wir haben uns gefragt, wo sich die Leute wohlfühlen. Und in den Alpen, in den Bergen, da geht es an jedem gut und da gefällt es an jedem. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir den Telekommunikationsland im alpinen Style machen. Es ist ein riesengroßerer Einzelmacher. Wir haben eine kleine meine readye Reihe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. – Sonst mit dem Koffer und Lutz mit dem Koffer. – Wir sehen uns beim nächsten Mal. Fonlan ist ja preisgekürt dafür, dass wir einen sehr, sehr guten Service haben. Das heißt, wir nehmen uns wirklich Zeit für die Beratung bei den Kunden. Wir gehen da nicht auf Quantität, sondern auf Qualität. Wir wollen, dass die Leute mit dem richtigen Produkt, mit dem richtigen Tarif, egal ob Festnetz oder Mobilfunk, bei uns einfach rausgehen.